Das Königreich Kambodscha ist ein Staat in Südostasien. Das Land liegt am Golf von Thailan zwischen Thailand, Laos und Vietnam. Die Hauptstadt Phnom Penh liegt im Süden des Landes. Das Landschaftsbild wird durch eine Zentralebene geprägt, die teilweise von Gebirgen umgeben ist. In ihr liegt im Westen Kambodschas der See Thonizep. Durch den Osten fließt der Mekong, einer der zehn längsten Flüsse der Welt. Kambodscha ist aus dem Reich Kambodscha hervorgegangen. Das seine Blüte vom 9. bis zum 15. Jahrhundert erlebte. Seine Ruinen in Angkor, Roulos, Bante Aisrei und Prielvihör wurden ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Nach der Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1953 folgten jahrzehntelange Bürgerkriege, die viele Opfer unter der Bevölkerung und schwere Schäden in der Wirtschaft hinterließen. Auch der Vietnamkrieg und die Diktatur der Roten Kilmeer von 1975 bis 1979 brachten dem landwirtschaftlichen Verfall. Geografie Kambodscha liegt auf der indochinesischen Halbinsel am Nordostufer des Golfs von Thailand. Die Küste hat eine Länge von 443 Kilometern. Kambodscha grenzt im Westen und Nordwesten auf 803 Kilometern an Thailand, im Norden an Laos sowie östlich und südöstlich an Vietnam. Die gesamte Fläche beträgt 181.040 Quadratkilometer, davon sind 176.520 Quadratkilometer Landfläche. Damit ist Kambodscha etwa halb so groß wie Deutschland. Zwei Drittel Kambodschas werden vom kambodschanischen Becken eingenommen, das sich 5 bis 30 Meter über dem Meeresspiegel befindet und in dessen westlichem Zentrum der Tonicep liegt. In östlicher Richtung schließen sich die Schwemmlandebene und die ersten Ausläufer des ansonsten in Vietnam liegenden Mekon-Deltas an, das das Zentralbecken entwässert. Von drei Seiten schließen sich an das Beckengebirge und Hochebenen an. Südwestlich des Tonicep finden sich die Kadamum und die Elefantenberge, auf die eine schmale Küstenebene folgt. An der nördlichen Grenze zu Thailand findet sich das Dongrek-Gebirge, Die hauptsächlich in Laos und Vietnam verlaufende anamitische Kordillere reicht mit ihren Ausläufern bis nach Nordostkambodscha. Gewässer in der Mitte des kambodschanischen Beckens befindet sich der Tonicep, der durch den Tonicep-Fluss mit dem Mekong verbunden ist. Während der Regenzeit von Juli bis Oktober führt der Mekong so viel Hochwasser, dass das Wasser entgegen seiner Fließrichtung den Tonicep-Fluss hinaufgedrückt wird und den See speist, der dadurch von 2500 Quadratkilometer auf bis zu 20.000 Quadratkilometer anschwillt. Dadurch wird er zum größten See Südostasiens. Der Mekong, der größte Fluss Südostasiens, durchfließt Kambodscha in Nord-Südrichtung auf 500 Kilometern. Dabei ist er meistens über 1,6 Kilometer breit. In Kambodscha spaltet sich der obere Mekong in den Besic und den unteren Mekong auf. Weitere Flüsse sind der Schreng und der Sang, die in den westlichen Grenzgebirgen entspringen und auf dem Weg zum Nordende des Tonicep zusammenfließen. Der Pautisat mündet am südlichen Ufer in den See, der Sen und der Chimit in den Tonicep-Fluss. Vom östlichen Hochland wird der Mekong durch den Kohn, den San und den Srepurg gespeist. Das Kardamomgebirge verläuft in ostwestlicher Richtung. Im östlichen Teil befindet sich mit dem Pnom Aural der höchste Berg des Landes. Das zweite südliche Gebirge, das Elefantengebirge, schließt im Südosten des Kardamomgebirges an dieses an und verläuft von dort aus nach Süden bis ans Ufer des Golfs von Thailand. Es erreicht seine höchste Erhebung mit dem Pnom Popok. Das nördliche Massiv Chuop-Nom-Dangrek setzt sich aus Sandstein zusammen, fällt nach Süden hin steil ab und wird nicht höher als 756 Meter. Das östliche Klong-Plateau und ein bis auf 1500 Meter ansteigender Streifenbergland im Nordosten bilden die Ausläufer der anamitischen Kordelere. Dort leben noch immer kaum bekannte Bergvölker. Zu Kambodscha gehören 64 Inseln. Die größte ist Gaukong nahe der thailändischen Grenze, gefolgt von Koran vor der Küste Sirhanuk-Villis, die unter anderem mit Koran-Samlon ein Archipel bildet. Weitere größere Inseln sind Koh-Ai-Mai an der Grenze zu Vietnam sowie Koh-Sah mit Koh-Tang und Koh-Tonsai. Klima allgemein herrschen im Monsoon-Klima in Kambodscha gleichmäßig hohe Temperaturen. Im Dezember sinken sie auf einen Tiefstand von 26 Grad Celsius und erreichen im April ihr Maximum mit 30 Grad Celsius. Die Niederschläge werden von den Monsunen bestimmt von Mai bis September. Oktober weht der feuchte Südwest-Monsun und bringt Regen. Im restlichen Jahr bringen Nordostwinde trockene Kontinentalluft. Die geringsten Niederschläge werden am Tonzeb mit durchschnittlich 1.000 mm im Jahr gemessen. Im übrigen Tiefland betragen sie 1,300 zu 2,000 mm jährlich. An den Westhängen der Gebirge steigen die Regenmengen auf 4.000 mm und mehr an. Die Höchstwerte werden im Elefantengebirge mit 5.300 mm erreicht. Flora und Fauna je nach Quelle sind zwischen 30 und 76 Prozent Kambodschas bewaldet. In Höhen über 700 m mit feucht-kühlem Klima wächst ein immer grüner Bergwald, dessen Bäume bis zu 20 m Höhe erreichen. Die Vegetation der niederschlagsreichen Westhänge der Gebirge ist durch tropischen Regenwald geprägt, der 40 bis 50 m hoch wird. Im Unterholz finden sich niedrigere Pflanzen wie kleinere Bäume, Büsche oder Palmen. Das Tiefland ist, wenn es nicht landwirtschaftlich genutzt wird, durch Monsun- und Trockenwälder bedeckt, die in der Trockenzeit ihr Laub verlieren. In Regionen, in denen Überschwemmungswald und sumpfige Savannen dominieren, sind die Böden nährstoffarm und trocken. An der Küste finden sich Mangrovenwälder. Verbreitet sind auch noch rar gewordene Baumarten wie der Schwarzholzbaum, der Ebenholzbaum und der Rosenholzbaum. Die Fauna Kambodschas ist artenreich. Insgesamt leben in Kambodscha 630 geschützte Arten. Besonders die nordöstlichen Provinzen sollen noch immer große Wildpopulationen aufweisen. In den bevölkerungsarmen Wald- und Gebirgsgebieten leben beispielsweise indische Elefanten, Tiger, Leoparden, Flughunde sowie diverse Bärenarten. Auch gibt es hier viele Schlangen wie die Königskobra und die hochgiftige Kreid. Möglicherweise bereits ausgestorben ist der erst 1937 entdeckte Kubrei eine Art Wildrind. Der Tonzeb ist reich an Wasservögeln und Wassertieren, darunter mehr als 850 Fischarten. Im unteren Abschnitt des Mekon befinden sich die letzten Rückzugsgebiete des Irawadi-Delfins. Außerdem entdeckte man hier im Mai 2007 erwachsene Tiere sowie Jungtiere und Gelege der bereits ausgestorben geglaubten Kantors Riesenweichschildkröte wieder. Durch einen königlichen Erlass wurden 2005 der Kubrei, der Riesen-Nibis, die Batagur-Schildkröte, die Riesenbabbe, die Palmyra-Palme, die Rumdrüllblume und die Bananenart Musa-Aromatica zu Nationalsymbolen erklärt und unter besonderen Schutz gestellt. Umwelt Das größte Umweltproblem Kambodschas ist seit den 1980er Jahren der Holzeinschlag. 1995 erließ die Regierung Hansen ein neues Umweltgesetz, das als ein erster Schritt zur nachhaltigeren Nutzung von Kambodschas Wäldern und anderen Ressourcen betrachtet wurde. Ende 1996 wurde der Export von ganzen Stämmen verboten. Die Regierung vergab aber weiterhin ausgiebig Konzessionen. Auf dem Höhepunkt Ende 1997 waren 35 Prozent des gesamten kambodschanischen Staatsgebietes zur Abholzung freigegeben, was fast dem gesamten Waldgebiet außerhalb der Schutzgebiete entsprach. Laut einem Weltbankbericht von 1998 ging die Bewaldung Kambodschas in den Jahren von 1969 bis 1997 von 73 auf 58 Prozent zurück. Seit der Ende der 90er Jahre wurden ausländische Geldgeber vermehrt auf das Problem aufmerksam und übten Druck auf die kambodschanische Regierung. Aus diesem Grund wird seit 1999 Hertha gegen illegale Holzfäller vorgegangen. Seit Januar 2002 wurden alle vergebenen Konzessionen für den Holzeinschlag eingefroren. Diese Maßnahme wurde umgangen, indem einerseits der illegale Holzschlag in geringem Maße weiterging und andererseits Konzessionen für Kirschkrop-Plantagen beantragt werden, die ungenutzt bleiben und nur als Vorwand für einen Kahlschlag gebraucht werden. Korruption und Selbstbereicherung einflussreicher Beamter oder von Mitgliedern der Militärführung sind Teil des Problems. Manche Organisationen agieren auch aus den Nachbarländern heraus. Aus den Provinzen Oda, Meon, Chai, Batambang, Pursat und Kokong wird das geschlagene Holz über die Grenze nach Thailand geschleust. Aus Retten Akiri und Montukiri nach Vietnam. Auch kommt es vor, dass Kritiker eingeschüchtert und Forstaufseher ermordet werden. Folgen des extensiven Holzschlages ist Erosion so bei den Mangrovenwäldern an der Küste, die der Holzkohlegewinnung und Schrimpfarmen zum Opfer fallen, durch den eingeschwemmten Boden versandten Binnengewässer. Besonders betroffen ist der Tonzeb, dessen durchschnittliche Tiefe während der Trockenzeit bereits von 50 cm 1960 auf 30 cm im Jahr 1993 zurückgegangen ist, während sich die jährliche Ablagerung in der gleichen Zeit verdoppelt hat. Auch der Mekong transportiert große Mengen an Sediment, das er vor allem bei den monsunerigen Fällen aus den entwaldeten Gebieten mitnimmt. Dammprojekte an den chinesischen Zuflüssen des Mekong gefährden zudem den Fischreichtum und beeinträchtigen die erneute Ablagerung von fruchtbarer Erde an den Ufern. Betroffen sind auch jene Einwohner, die ihren Lebensunterhalt aus dem Wald bestreiten, zum Beispiel mit dem Sammeln von Baumharz. Die Umweltverschmutzung hält sich dagegen in Grenzen. Fluss- und Seewasser sind weitgehend sauber, die einzige von Luftverschmutzung betroffene Stadt ist Phnom Penh. Auch der Tourismus bereitet noch keine großen Probleme, wenngleich die ungenügende Entsorgung von Plastikabfällen sowie Flaschen im ganzen Land problematisch ist. Kambodscha war das erste Land Südostasiens, in dem ein Naturschutzgebiet eingerichtet wurde. 1925 wurde das Land um die Tempelanlage von Angkor zum Nationalpark erklärt. 1969 gab es sechs Rückzugsgebiete für Wildtiere, vor allem große Säuger. Sie nahmen insgesamt 2,2 Millionen Hektar oder 12 Prozent der Landesfläche ein. Das während der Bürgerkriegszeit verfallene System wurde 1993 durch ein königliches Dekret erneuert, das zur Schaffung von 23 Schutzgebieten führte, die jetzt mit 3 Millionen 400 2.203 Hektar über 21 Prozent der Gesamtfläche Kambodschas einnehmen. Allerdings befanden sie sich zu großen Teilen in von den Roten Kilmeer kontrolliertem Gebiet und waren deshalb weder kontrollierbar noch finanzierbar. Seit 1993 kamen noch einige geschützte Wälder hinzu, sodass heute 43.000 Quadratkilometer oder 25 Prozent des Landes unter Schutz stehen. Noch heute, nach dem Ende der Roten Kilmeer, gibt es in vielen Schutzgebieten Zugangsprobleme. Gefährdet sind sie durch die Erschließung von Siedlungsräumen, illegale Abholzung und die Nachfrage nach Tierorganen für die traditionelle Medizin. Außerdem fehlen die Ressourcen und teilweise auch der Wille zu einem effektiven Schutz. Bevölkerung Demografie Kambodscha hat rund 14,5 Millionen Einwohner. Der Altersdurchschnitt beträgt 21,7 Jahre. Die Lebenserwartung beläuft sich auf 59 Jahre. Der Geburtenrate von 27 pro 1.000 Einwohner steht eine Sterberate von 9 pro 1.000 gegenüber. Dabei beträgt die Kindersterblichkeit 52 pro 1.000 Lebendgeburten. Eine Frau bekommt durchschnittlich 3,3 Kinder. Das Bevölkerungswachstum beträgt 2,4 Prozent. Die Alphabetisierungsrate liegt bei 73,6 Prozent, wobei Männer mit 85 Prozent deutlich besser alphabetisiert sind als Frauen mit 64 Prozent. Die Bevölkerungsdichte beträgt 78 Einwohner pro Quadratkilometer. Nach Schätzungen von UNICEF leben in Kambodscha etwa 670.000 Waisenkinder. Ethnien Die Hauptbevölkerungsgruppe Kambodscha sind die Khmer, die offiziell 85 zu 90 Prozent der Einheimischen ausmachen. Damit ist Kambodscha das homogenste Land Südostasiens. Größte Minderheiten sind die Vietnamesen, die Khmer und die Chinesen. Kleinere Minderheiten gibt es von Thais, Laoten sowie einer Reihe von Bergvölkern, die früher Mui genannt wurden und heute unter dem Namen Khmer Loi zusammengefasst werden. Die offiziellen von der Regierung veröffentlichten Zahlen über den Anteil der Minderheiten an der Bevölkerung werden als etwas zu tief eingeschätzt. Die Khmer leben seit dem 2. Jahrhundert N. CHR. In ihren heutigen Siedlungsgebieten, woher sie kamen, ist nicht vollständig geklärt. Vietnamesen leben bereits seit der Ende des 17. Jahrhunderts als Reisbauern in Kambodscha, weitere kamen im 19. und frühen 20. Jahrhundert ins Land, da die französischen Kolonialherrenämter bevorzugt an sie vergaben. Während der vietnamesischen Besatzung nach dem Sturz Pulpots von 1979 bis 1989 folgte eine zweite Einwanderungswelle. Aus historischen Gründen gibt es noch immer Konflikte zwischen Vietnamesen und Khmer, die ihre Höhepunkte immer wieder in Pogromen erreichte. Zuletzt in den 1990er Jahren auch in der Politik gelten anti-vietnamesische Parolen als normal. Beispielsweise von Seiten der Sam-Rhein-Ci-Partei oder der FUNC-INPEC. Heute leben viele Vietnamesen als Fischer in schwimmenden Dörfern auf dem Ton Zep. Chinesen leben seit der frühen Neuzeit vor allem in den Städten, wo sie als Händler und Handwerker tätig sind. Bis 1975 kontrollierten sie die Wirtschaft und das Verkehrswesen des Landes unter der Herrschaft der Roten Khmer, aber wurden viele von ihnen, genau wie Angehörige anderen Ethnien, getötet oder flohen. Seit Anfang der 90er Jahre kehren sie langsam wieder zurück und sind mittlerweile dank chinesischem Investment aus anderen Ländern wieder eine wichtige ökonomische Kraft. Die muslimischen Kam sind ein malaisches Volk. Sie leben vor allem an den Küstengebieten und dem Unterlauf des Mekong, seit ihr Reich 1471 von Vietnam zerstört wurde und sie fliehen mussten. Ihr spirituelles Zentrum befindet sich in Kuo-Cheng-Wra bei Phnom Penh. Die Kam sind traditionell wie Händler, Seidenweber und Schlachter, da letzteres den buddhistischen Khmer traditionell nicht gestattet ist. Die Bergvölker, die heute unter dem Namen Khmer Loi geführt werden, sind Thai-Völker, die in den bergigen Grenzgebieten zu Thailand und auch Vietnam leben. Die 21 Stämme leben traditionell als Haltnomaden, bauen Reis und Gemüse an, betreiben Brandrodung, halten Kühe, Hühner und Schweine als Nutztiere und sind animistischen Glaubens. Diese traditionelle Lebensweise wird immer mehr durch Sesshaftigkeit und Gebräuche der Khmer ersetzt. Im Gebiet Umbatanbang leben kleine Minderheiten der Shen, Thai und Elao. Sie sind Nachfahren von Bergleuten und Juwelieren, die in Kolonialzeit in den Rubinminen von Pehlen angestellt waren. Die Amtssprache Kambodschas ist Khmer, eine austroasiatische Sprache, die von 95% der Einwohner des Landes gesprochen wird. Weitere Sprachen sind Vietnamesisch, Chinesisch, Kamm sowie verschiedene andere Minderheitensprachen. Französisch war wegen der französischen Kolonialvergangenheit über ein Jahrhundert lang die beliebteste Fremdsprache und wurde bis 1975 auch in gebildeten Kreisen gesprochen. Heute wird es auch aufgrund des vermehrten Tourismus aus englischsprachigen Ländern vermehrt durch Englisch abgelöst. Seit 1990 als das Lehren der englischen Sprache wieder legalisiert wurde, hat es dem Französischen an Beliebtheit deutlich den Rang abgelaufen. Zwischen Anhängern der beiden Sprachen entwickelten sich dadurch Spannungen, da die Franzosen weiterhin versuchen, ihre Kultur und Sprache in Kambodscha zu verbreiten, sowohl um das kulturelle Erbe zu bewahren als auch um den Einflussverlust gering zu halten. Diese Bemühungen werden auch von der französischen Regierung finanziell unterstützt, obwohl sie einer der größten ausländischen Geldgeber ist. Blieb der Erfolg gering, so verbrannten Studenten der Technischen Universität Phnom Penh 1995 aus Protest gegen die Unterrichtssprache ihre französischen Lehrbücher. Religionen in Kambodscha hängen rund 93% der Bevölkerung dem Theravada-Buddhismus an, der neben Kambodscha in Thailand, Laos und Myanmar verbreitet ist. Weitere vertretene Glaubensrichtungen sind der Islam mit etwa 6% und das Christentum mit 1%, wovon die neuapostolische Kirche die größte vertretene Konfession ist. Die katholische Kirche Kambodschas ist vor allem bei der Minderheit der Vietnamesen verbreitet. Bei manchen Bergvölkern haben sich auch animistische Religionen gehalten. Die Chinesen sind hauptsächlich Konfuzianer, Taoisten oder Mahayana-Buddhisten. Der Theravada-Buddhismus, der ab dem 14. Jahrhundert den Hinduismus und den Mahayana-Buddhismus verdrängte, war bis 1975 Staatsreligion und wieder ab den späten 80er Jahren. Heute ist er gesetzlich in der Verfassung verankert. Unter den Roten Krimer wurden etwa 25.000 buddhistische Mönche getötet. Ein Teil der Mönche wurde dazu gezwungen die Rubbe abzulegen. Fast alle Wats und Moscheen wurden zerstört. In den 90ern wurden die meisten Glaubensstätten wieder aufgebaut. Heute gibt es wieder 59.500 Mönche und 3.980 Wats. In Phnom Penh wurde mit Saudi-Arabischem Geld eine internationale Moschee gebaut. Städte und Bevölkerungsverteilung einige der größten Städte Kambodschas sind. Die Bevölkerung Kambodschas lebt zu 70% in der Zentralebene. Die Gebirgsregionen sind teilweise fast unbesiedelt. In den Städten leben heute nur etwa 20% der Einwohner, was teilweise auch auf die Politik der Roten Krimer zurückzuführen ist, die die Städte evakuierten. So lebten 1978 nur noch 20.000 Menschen in Phnom Penh, nachdem es 1974 noch 2,5 Millionen gewesen waren. Mhm. Mhm. Vielen Dank.